Hallo Freunde, kurz wie meine Freunde, vielleicht wurde wohl damals, als er von der Polizei angehalten wurde, oder er wurde nach Hause geholfen, wurde auf die Tür geschlagen, was ist denn da los bei der deutschen Polizei oder so? Das riecht so ein bisschen nach Neid oder so. Vielleicht hat der Flissmeister recht verdammt nochmal, dass der liebe Polizist lieber Rapper werden wollte, sonst hat wohl nicht funktioniert für ihn. Dann musste er wohl Polizist werden, und musste den Flissi mit Verstärkung rufen, weil der Flissi hat bei Ehudus erzählt, dass er ohne irgendeine grundliche Verstärkung geholt hat, um ihn festzuhalten, leuchtet, was ist denn los? Braucht man irgendwie für einen Gangster-Rapper direkt 10 Polizisten? Ist er euch zu Gangster? Hat er diese Gangster-Aura-Diger, dass ihr total weggestoßen werdet? Ne, ne, anfestet also, was ist denn los bei euch? 2 Polizisten reichen doch komplett aus, man. Da kann man den Flissmeister auch komplett verstehen. Okay, meine Freunde, das ist fast wie du von einem blöden Boss. Abonniert gleich nicht, vergiss meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.